Herzlich Willkommen von Hannem Volle hier in den Zug. Wir lassen uns vor allem beim Mädenweil, was wir noch mal schauen können. Wir sind hier in der Beugnis. 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 Ja, wir sind hier in der Beugnis. Wir sehen uns in der Ecke. Wir sehen uns ein bisschen in der Beugnis. Wir sehen uns an der Beugnis. Wir sehen uns an der Beugnis. So warte durch die Beugnis zu sehen. Wir werden hier in der Beugnis. So wollen wir in der Beugnis. Wir sind hier in der Beugnis. Also ich bin richtig gespannt darauf, dass ich hier ja auch noch mehr Mute. Und ich bin richtig gespannt darauf, dass ich hier ja auch noch mehr Mute und ich bin richtig gespannt darauf, dass ich hier ja auch noch mehr Mute. 3 3 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 10 10 6 6 7 7 7 7 7 9 9 10 10 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 12 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 13 14 14 15 14 14 15 15 16 15 16 Jetzt hatte ich noch ein Papier von Johto, die auch hier, und dann habe ich noch etwas gehört. Woran das so genau liegt, wo das so geliefert hat, wo er Anzeige mit Anzeige gehört zur Anzeige, oder ob da ein paar Fahrzeuge hat. Ich habe gerade probiert, ob ich eine Packung suchen würde. So, was für die Fahrzeuge? Ich habe eine Halle gefahren, ein Fest. Ich habe eine Halle gefahren. Ich habe eine Halle gefahren, ja. Eigentlich die Headphone, ja. Oh, das ist gut. Welche Fahrten weg mit dem Fahrzeuge? Welche Fahrten? 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 Ich habe gerade noch passiert, wo ich bin Knall und Papa. Ich habe hier auch schon vorgeworfen, wo ich bin. Ich habe hier을 auch immer geworfen, ich habe hier gerecht. Ich habe hier viel Ruhe, wo ich bin. Das ist ein Wettbewerb. Oh, das ist ein Wettbewerb. Ich kann hier runter. Die Seele. Hier kann ich den Wettbewerb. Also ich liebe Flüssigkeiten, ich bin auch fast. Das ist ein paar Fögel, das tut ja auch so. Aber ich bin auch ganz gemütlich. Da wird die Flügel aussehen. Im Hals hier und in der Flügel. Na ja, das ist eigentlich nicht gut. Wird das ein bisschen tun, ne? Mit den 16. bis den 60. Und die langsamen Fügel mit dem Hauptflügel. Ja. Ja, das ist gut. Ja, hier haben wir hier. Das ist nicht so, dass wir hier sind. Und hier ein bisschen Wehbewerk, ein Behandlungsanlauf für Holz, also für Hackentuch und Raumründe. Ein für Kraftwerk, das ist einfach von Renn, von Rund. Hier ist ein Gelschenkohl. Und dann kann man das Ganze verpacken. Und dann kann man das Ganze verpacken. Gut. Ich tippe drauf, das ist halt zu. Das ist auch Holz, die engen Vertraue, die wir machen. Ich kriege auch noch genug Holz, ne? Aber ja, wir haben noch ein bisschen nachzuschauen. Aber ja, das ist halt auch Holz. Dann brauchen wir einen Bauplatz. Das war schade hier auch schon. Zeilen wir ja nicht. Das war ja gerade. Das war ja auch wirklich hier. Das gerechtige Zeug ist. Wir müssen nicht gut aufhauen. Alles wird gut fahren. Das ist günstig, wenn man will. Jetzt kann der andere dann gut rein gehen. Die Kühle waren. Wir halten lange ein bisschen runter. Und dann wird die Kühle verbraucht. Beziehungsweise werden die ersten, älteren Kühle verbraucht. In sechs Jahren behalten wir die Kühle. Und dann sehen wir, dass die Kühle am Kühlen sind. Und dann werden die Kühle verbraucht. Die Kühle verbraucht. Das ist schon lange Jahre. Die Kühle haben allgemein. Ein Kühle hat Kalker bekommen. Aber umge. Das geht jetzt. Erst wird. Und los! Hat der Hauskollege erzählt, man sagt, du damals einmal da war, es klappte, es war ein bisschen älter. Es wird Zeit. Da wird nun keine Rechnung, das ist ein bisschen weiter. Das ist nicht so, dass ich das Geld nicht mehr bin. Das ist nicht so. Das sieht doch nicht so. Der muss jetzt noch mal eine Hütnerfelle, der wird noch weniger werden. Aber das werden dauernd nicht lange. weil die Leute nicht mehr dauerst werden. Aber das ist ein bisschen besser. Und wie hat das gewisserlob ist? Aber das war ein bisschen auch. Es war ein bisschen mehr zu sein, aber das war es auch nicht. Aber das hat sich auch nicht mehr zu tun. Aber ja, das war es nicht mehr so. Ich kenne das ein bisschen mehr. Aber es ist ja nicht mehr dauernder. Und ja? Ja, das ist ja auch so. Das ist eine große Herausforderung. Schnellen wir hier. Es ist nur noch ein Gefühl von mir. Die Hotspur und die Hände sind in den Händen. Die Hände sind in den Händen oder in der Hände. Die sind in der Fluss. Die ist dort leid. Das ist die Fluss. Die ist hier. Die Fluss, das ist hier. Die Fluss ist hier. Das ist der Fluss. Es geht um einen Monter und Donnerstag. Dann hat der Fahrrad in der Stadt gefahren. Das ist der Fahrrad angepasst. Aber dazu wieder was hat ich jetzt. Ich muss weiterfahren. Nicht traurig. Ich werde ihn unter. Unterweg ganz gut. Ich glaube, das ist okay. Da gibt es zwei Wörter, aber ich glaube lieber auch. Wenn wir die Nahen mit dem Filmfaden, dann könnte ich ihn noch schaffen. Alle, die wir bearbeiten können, können wir die nächste Woche wieder raus. Die heutigen Fahrten wird es nur umgefallen. Es dauert noch eine Zeit. Es dauert noch eine Zeit. Dann geht es um den Knie. Ich hab das erste Mal Kopf hochgegangen. Ich bin wieder auf. Ich hab das einpäckend... Ich hab das einpäckend. Ich hab das einpäckend. Ich hab das erste Mal überlegt, Da hat es aber fest in die Länge gepackt. Das ist wirklich gut zu machen hier. Das ist festgeleinig gewesen hier. Überlänge und die Freischalten. Das ist schon mal, dass die Teilen nicht annehmen. Der Telefon wird hier. Das ist ein S. Das ist ein S. Das ist ein S. Das ist ein S. Und ein Mann. Das ist super. Der hat schon mal gemerkt. Ich hab eine Wiederholung. Ich habe ja schon die Kaffette tun, und ich habe den Kaffee eingetriegt. Das wäre der Beruhiger. Ich bin ein Signalwagen. Das kann ich mir wieder ablesen. Das ist gut gefallen. Es war ja das Dinger. Oh, okay. So, anhängen mit Telefonen, oder? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, what is that? Okay. Let's see. Okay. 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 Oh, okay. Okay. Aber ich wollte es ja auch machen. Ich habe ja angefangen zu kommen und nach zwei Wochen so ein Stück über so etwas heißer. Ich war da wirklich froh und steig gewesen. Das Arbeiten dauert da ein bisschen länger. Naja, die Frauen waren eben alle lang. Das ist alles. Das dauert dann lange. Jetzt 14,8, dann 6,7 und dann 6,7. Okay, das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Danke dafür, ne? Halten, kontrollieren. Ja. Schau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.